Zentriere dich in deiner Mitte und strahle vom Herz aus, in das Bein und durch den Fuss nach vorne. Mach einen Schritt vor und wiederhole es mit dem anderen Fuss. Bleib so bei dir, dass das Durchstrahlen des Beines dich nicht krumm macht, sondern im Gegenteil aufrichtet. Mach dasselbe auch im Rückwärtsschreiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020